13.06. es folgen die Herren für die Damen folgt die letzte Pause, ehe es dann gleich für die verbliebenen 6 Damen um den Sieg gehen wird. Wir sind pünktlich wieder zurück 13.052. Halbfinal ehe das Feld bleibt lange zusammen, bei der zweiten Bewältigung des Anstiegs, laufen dann aber Maiken, Kaspersen, Faller und Lothar Udneswing dem restlichen Feld davon und bringen die Plätze 1 und 2 durch. Aufatmen bei den norwegischen Damen, denn so lange lief es schon lange nicht mehr. Anna-Maria Lampisch wird Dritte vor Julia Belorukova, beide sind allerdings ausgeschieden, 13.002. Halbfinale im zweiten Halbfinale sind mit Maiken, Kaspersen, Faller, Lothar Udneswing und Thiriel Udneswing gleich drei NorwegerInnen am Start. Ihnen die Show versauen wollen Alenka Kekasek und Anna-Maria Lampisch aus Slowenien sowie Julia Belorukova aus Russland, 12 zu 581. Halbfinale Nilsson zeigt der Konkurrenz einmal mehr, wo der Hammer hängt. Die Schweden läuft souverän auf dem ersten Platz durch, dahinter geht es deutlich enger zu und man fightet bis zur Zieldurchfahrt. Der zweite Direktplatz im Finale geht an Keltwell, Degens und Ostberg müssen hoffen, dass es im zweiten Halbfinale deutlich langsamer zugeht, 12 zu 561. Halbfinale, als es in die zweite Runde geht, schiebt sich Nilsson wieder näher an die beiden KonkurrentInnen aus Norwegen heran. Doch reicht es auch, um sich noch vorbeizuschieben? Und wie? Am Anstieg packt sie den Turbo aus, reißt die Lücke und zieht davon, 12 zu 551. Halbfinale ehe das Feld zieht sich schon schnell auseinander. Die beiden NorwegerInnen Ostberg und Jacobsen laufen an den ersten Positionen, dahinter beginnt Nilsson wie schon im Viertelfinale zunächst vorsichtig im Mittelfeld, 12 zu 541. Halbfinale führt die Damen geht es in das erste Halbfinale. Großen FavoritInnen auf die Positionen im Finale sind Nilsson, Ostberg und Keltwell, 12 Uhr 27. Herren an der Reihe auf die LäuferInnen wartet die erste kleine Pause. Nun sind die Herren mit ihrem Viertelfinale an der Reihe, 12 zu 275. Viertelfinale ehe es ist verhext. Laurien van der Graaf kommt wieder ran, doch dann stürzt sie vor dem Ziel noch einmal gemeinsam mit Heidi Weng und landet wieder im Schnee. Ins Halbfinale ziehen Julia Belorukowa und Theriel Udnes Weng ein, 12 zu 255. Viertelfinale ehe was für ein Pech. Laurien van der Graaf haut es beim Anstieg in den Schnee, nachdem er die Russin auf den Ski steht. Das wird schwer, nochmal ran zukommen, 12 zu 245. Viertelfinale ehe es bleibt nach der ersten Runde dieses Mal eng und alle sechs LäuferInnen sind noch beisammen. Etwas abgeschlagen ist Nathalie von Siebenthal, 12 zu 225. Viertelfinale ehe der Kampf um die letzten Positionen im Halbfinale beginnt. Mit dabei sind mit Nathalie von Siebenthal und Laurien van der Graaf auch zwei Schweizerinnen. Sie müssen sich gegen Katja Wissner, SLO, Thierry Udnes Weng, NOR, Julia Belorukowa, ROS und der Tourgesamtsiegerin Heidi Weng behaupten, die sich in diesem Jahr allerdings nicht in Topform befindet, 12 zu 214. Viertelfinale, das zeigt jetzt auch wieder Lothar Udnes Weng. Die Norwegerin prescht vor und baut ihren Vorsprung über die Wellen weiter aus. Platz 1 ist ihr sicher und dahinter muss Natalya Neprieva eine bittere Pille schlucken. Russin scheidet als dritte hinter der Slowenen Alenka Kekasek aus 12 zu 194. Viertelfinale Alenka Kekasek schiebt sich nach der ersten Runde auf die erste Position des Heats, doch die vergangenen Runden haben gezeigt, dass hier auch in der zweiten Runde noch viel möglich ist, 12 zu 164. Viertelfinale, das vierte Heat ist etwas schwerer besetzt und es befindet sich keine Athletin darunter, die im Prolog unter die Top 10 laufen konnte. Gute Möglichkeiten also für die Führende der Tour de Ski, Natalya Neprieva. Die Russin ist zwar nicht die stärkste Sprinterin, sollte aber in ihrer Gruppe gute Chancen auf die nächste Runde haben, 12 zu 163. Viertelfinale Jessica Diggins zeigt sich in den Wellen mutig, zieht an der Konkurrentin vorbei und zieht als erste über die Ziellinie. Dahinter muss das Foto entscheiden. Wer ist direkt weiter? Fala oder Lampisch? Es reicht für Fala aus der norwegischen Mannschaft. Lampisch und auch Ingmar Storta können darauf hoffen, dass ihre Zeit reichen wird. Für Karl reicht es mit Rang 6 natürlich nicht, 12 zu 133. Viertelfinale beim Einbiegen auf die zweite Runde ist es dann leider um Karl geschehen. Er hat viele Probleme und fällt auf die letzte Position zurück. Da wird sie nicht mehr rankommen, 12 zu 133. Viertelfinale Viktoria Karl versucht dran zu bleiben, doch auch hier kommen durch die eingebauten Skicross-Elemente schnell die Lücken. Karl muss jetzt aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verliert. Aber wohl nur geringe Chancen auf das Weiterkommen, 12 zu 102. Viertelfinale Stina Nilsson fährt mit einem sacken Vorsprung von 1,2 Sekunden als erste über die Ziellinie und sichert sich das Ticket für das Halbfinale. Auch die Norwegerin Jacobson muss nicht großartig um ihren Platz kämpfen. Auf ihre Zeit müssen Björnson und URVC hoffen. Für Ringwald ist mit Rang 6 klar, dass sie schon ausgeschieden ist, 12 zu 0,9 zu 2. Viertelfinale Stina Nilsson geht auf die Überholspur und übernimmt jetzt doch souverän die Spitze in dieser Gruppe und löst sich von den restlichen Läuferinnen. Mit einer großen Lücke ist Astrid Uhrenhold Jacobson zweite, dahinter rangiert derzeit Björnson aus den USA 12, 0,8 zu 2. Viertelfinale dieses Mal gibt es bei den Wellen keine großartigen Probleme und alle Damen kommen hier ohne Schwierigkeiten durch. Wieder herangekämpft hat sich in den Wellen Stina Nilsson, Ringwald ist etwas abgeschlagen, 12, 0,7 zu 2. Viertelfinale Sadie Björnson aus den USA geht das Rennen forsch an und übernimmt direkt die Spitze, um eine kleine Lücke zu reißen. Auch zu Nilsson, was doch schon etwas überraschend ist, 12, 0,6 zu 2. Viertelfinale es wird keine leichte Aufgabe für Sandra Ringwald werden, möchte sie denn das Halbfinale sehen? Die Deutsche, die im Prolog mit Platz 30 gerade noch in den eigentlichen Wettkampf rutschte, bekommt es unter anderem mit Prolog-Siegerin Stina Nilsson zu tun. Auch die Slowenen Eva Uffch und Sadie Björnson aus den USA sind stark einzuschätzen, 12, 0, 4, 1. Viertelfinale Flugstart Ostberg bringt das Ding sicher als Erste durch. Ebenso sicher ist Sophie Keltwell auf Rang 2. Für Permekoschi heißt es auf die Zeit warten, denn ihr Abstand nach vorne ist riesig. Feendrich kommt abgeschlagen als Fünfte durch 12, 0, 3, 1. Viertelfinale im Wildflugstart Ostberg hat das Feld schon schnell auseinandergerissen. Sie führt souverän mit Sophie Keltwell das Feld an. Dahinter folgt mit großem Abstand dann Christa Permekoschi 12, 0, 2, 1. Viertelfinale Nadine Fendrich macht ihre Sache beim ersten Sprung gut und hält die zweite Position. Doch dann wird ihr die zweite Skikross-Einlage in Form von drei Wellen zur Verhängnis. Sie stürzt und kommt nicht mehr hoch. Das Feld zieht davon und sie hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen, 12, 0, 0, 1. Viertelfinale ehe das erste Viertelfinale steht an und das hat es gleich in sich. Mit Ingwild Flugstart Ostberg aus Norwegen, der Schweizerin Nadine Fendrich und Sophie Keltwell sind die Damen mit dabei, die im Prolog die Ränge 2 bis 4 belegen konnten. Auf sie und ihre drei KonkurrentInnen wartet eine ganz besondere Stärke. Man hat ein paar Highlights in Form von Skikross-Rampen eingebaut. Überraschend nicht am Start ist Wessner Fabian aus Slowenien, 11.56 Uhr stand Luba knapp an Top 30 vorbei. Nicht dabei sind hingegen StarterInnen aus Österreich. Für Theresa Startluba, die eigentlich nicht als Sprinterin gilt, war es dabei eine knappe Angelegenheit. Die Österreicherin wurde 32. und landete nur den Hauch von 0,36 Sekunden hinter Ringwald. Weit wäre Startluba durch ihre fehlenden Sprinter-Qualitäten zwar nicht gekommen, die Bonussekunden hätte die Österreicherin aber sicherlich gerne mitgenommen. 11.48 Uhr zwei DSV-Damen im Team der deutschen Damen war es einmal mehr eng mit der Qualifikation. Am Ende schafften es aber mit Viktoria Kahl und Sandra Ringwald mit den Positionen 27 und 30 zwei Langläuferinnen haarscharf in den Bewerb. 11.44 Uhr drei Schweizerinnen vertreten vor heimischer Kulisse schafften heute alle drei angetretenen AthletInnen aus der Schweiz in den Bewerb. Die beste Leistung zeigte einmal mehr Nadine Fendrich, die im Prolog mit dem dritten Platz zu überzeugen wusste. Nathalie von Siebenthal erreichte den Bewerb als 18. Des Prologs direkt hinter hier qualifizierte sich Laurien van der Graf. 11.41 Uhr es gibt dicke Bonussekunden heute gibt es für die Läuferinnen wieder dicke Bonussekunden abzuholen. Die Siegerin im Sprint erhält satte 60 Bonussekunden, für Rang 30 gibt es immerhin noch vier Sekunden obendrauf. Es lohnt sich also, so weit wie möglich zu kommen, um möglichst viel abzusahnen. Weltcup-Punkte gibt es wie üblich bei Etappenrennen die Hälfte. Heißt, die Siegerin erhält 50 Zähler und nicht 100. Dafür gibt es für die Gesamtsiegerin der Tour de Ski am Ende dicke 400 Punkte obendrauf. 11.36 Uhr Natalia Neprieva führt Tour an. Nach den ersten beiden Tour-Etappen in Toplach führt die Russin Natalia Neprieva das Klassement mit einer Gesamtzeit von Minuten an. Zweite ist die US-Amerikanerin Jessica Diggins mit 23,6 Sekunden Rückstand zu Rang 1. Auf dem dritten Platz folgt die Norwegerin Ingrid Flugstart Ostberg mit 28,3 Sekunden Abstand. Nathalie von Siebenthal liegt als beste Schweizerin auf Rang 12 Katharina Hennig ist als beste Deutsche für 10. Für Teresa Stadlober steht Rang 16 zu Buche, 11.31 Uhr Hallo aus dem Münstertal. Im neuen Jahr begrüßen wir Sie zur dritten Etappe der Tour de Ski aus dem Münstertal in der Schweiz, wo heute der nächste Sprint in der freien Technik ansteht. Um 12 Uhr beginnen die Damen mit ihren Viertelfinalläufen.